Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Ultimate Chicken Horse zusammen mit Maudado, Winter Cracker und Zombie. Wer wär zu dem Part? Und viel Spaß! Heute geht's mit dem Eisberg los. Ja! Ja! Hallo! Ja! Ich bin ein Chamäleon, ich leb hier eigentlich nicht, mir ist hier ziemlich kalt. Ich dachte du wärst ein Pferd. Warum bist du kein Pferd? Manchmal bin ich ein Pferd. Dann haben wir mich dafür bezahlt. Ruft jetzt an, wenn ihr einen Fetisch habt. Leute! Das ist nicht passiert. Hallo Maudado. Maudado, stirb nicht. Geduld ist eine Tode. Ui, Geduld ist eine Tode! Maudado hat Punkte? Wie ist das denn passiert? Oh nein, hab's beide bekommen, oder? Komm, lass verbinden. Mach's da vor dem, vor dem Anfang. Der Pferd ist fertig. Genau. Und dann böllere ich das da rein. Geht das? Böllere einfach durch. Oh, und? Oh ja! Oh ja! Los Manu, kletter den Pferd! Mach ich! Recht schneller als die anderen! Nein! Nein! Ja! Punkte! Wow! Oh! Ja! Wahrscheinlich ist er nicht mehr aufholbar. Ich hör auf zu spielen. Ja. Ja, ich auch. Hä? Ja. Hallo? Wie seid ihr doch noch da? Haben die gelogen. Lol, ich mach eine Treppe hier nach oben, damit man leicht nach oben kommt. Na, ach komm! Ja! Jetzt hat das schwarze Loch einfach keinen da. Oh nein, 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 nein! Wow! Oh, mach! Oh! Ach, mach! Nicht schon wieder. Ja. Leute, wo bleibt ihr denn? Ich bin aufm Weg! Ich komm auch, warte! Hey, zum Weg! Lol! Aber Wintercracker? Ich bin voll weit hinten, Leute, könnt ihr auf mich warten? Wenn du jetzt einmal gewinnst, dann bekommst du richtig Punkte, ja? Mach mir das hier einfacher. Oder du? Nein! Hallo? Nein! Nein! Tust nicht, tust nicht! Tust nicht, tust nicht! Was krieg ich? Äh, was willst du haben? Was willst du haben? Alles, dein Kanal. Aber da fällt dir nichts ein, ne? Nein! Oh, Mann! Hui! Nein! Ich bin tot. Wow! Ich weiß schon, wegen wen ich verliere. Ich hab Manu dadurch getötet, damit du Punkte... Stimmt, hast du echt! Wintercracker ist irgendwie trotzdem gestorben. Ja, er wurde abgepopelt. Abgerutscht. Das Eis ist so rutschig. Nein, nein, nein! Falle, Falle! Du kriegst die Orangen punktig-grün. Ja! Ich teile die auf! Ja! Ich... Ich kann ja auch nur die Orangenen ausrüsten. Ice of Ice. Das ist der effektiv, ja. Das gefährlichste Element. Der Welt. Jetzt sind wir alle sicher. Leute, die Map gefällt mir nicht. Machen wir mal. So. Ich geh ab sofort den Zombie nehmen. Ey, mir gefällt das halt auch nicht. Alter, wie er die Blume getriggert hat und die mich geschlagen hat. Das war wohl eh... Da war ja noch mein... Da war ja noch mein... Irgendwie schaffen die es nie ins Ziel. Oh, Mordado, ich hab den Orangenpunkt. Das tut mir leid. Kein Problem. Das kann jeden Mal passieren. Können wir die Runde bitte nicht nehmen. Weil ich die erste Runde seit 50 Spielen das immer wieder gewonnen habe. Die muss bleiben. Da kommt's eine Pyramide nur für Mordado. Oh, mit Wintercracker im Busch. Ja. Ja. Noch was schwerer. Vielleicht kriegt er diesmal Punkte. Ja. Nein, Trampolin. Ja, ja. Genau. Und dann lass uns noch ein richtig krasses Ziel machen. Komm. Wow. Ja, ja, genau. Mach's hier hoch und dann mach ich's noch ein höher. Und nicht mal. Dann springen wir nachher 100 Meter hoch. Nein. Lalle. Und Wintercracker versaut alles. Ja. Mit seiner komischen Treppe da. Ja. Was ist das, Junge? Was ist das? Ja. 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 Über die Treppe. Wie geht das? Geh drauf. Lauf einfach nach vorne. Nur nach vorne laufen jetzt. Nein, hübsch. Geradeaus. Genau. Ich hab Punkte, Leute. Stimmt. Danke, Mordado. Geschenk von Mordado. Kein Problem, danke, Edgar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, zumindest auch geil. So geil, Alter. So geil. Euren Spaß versau ich euch einfach hier vorne. Ja, süße. Geht beides. Aber jetzt wird's richtig eklig. Wo landet das? Wir warten immer bis das Wasser vorbei ist und dann hüpfen wir. Achso. Oh, okay. Warte, ich mach nach. Ich mag das gar nicht. Wasser vorbei. Hüpfen. Hüpfen. Ja, ja, das gehört dazu, dass man Pfeil schüpft manchmal. Und hier rüber. Ich bin drauf. Und ich geh jetzt unten lang. Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Leute. Ja, ich hab's alle einfach durchgeschafft. Och, Mann. Ja, war ja auch einfach. Nee, war gar nicht. Jetzt noch ein paar Pfeilmaschinen und dann wird's spaßig. Siehste? Oh, ja. Spassig. Oh, Mann. Was? Wie gesagt, ein paar Pfeilmaschinen, ne? Oh, Das ist luz. Oh, das ist doof, ne? Aber wo ist Oh nein, der ist ja richtig eklig. Doping. Richtig doof. Manu geht bestimmt wieder unten drum, weil er angst hat. Dull. Hä? Was ist mein Weg? Oh. Jaaaah. Ihr geht da weg. Das ist mein'er. Ihr hättet den nie gekannt. Äten hab ich vor dir genommen, Nee, eben nicht. Doch, du kannst das auch in den Schnitt reinkommen. Nee, schnall die raus. Meine Falle, Leute, meine Falle. Fast. Aber Wintercracker bekommt wieder Punkte. Ja. Loll. Hat der gerade etwa nicht ernst gespielt? Jetzt, oh nein, jetzt dreht sich das. Oh Gott. Zumil mag das Risiko. Der mag den Schmerz. Ha! Ui. Oh, Gottes Willen. Oh, Ries knuffern. Hoi. Oh, Wintercracker. Ich komm zu dir, hallo. Immer nach rechts laufen, wenn du draufstehst. Dann rutschst du nicht runter. Genau, lauf nach rechts. Ja, Leute. Hat der Junge gewonnen? Ach, Mondado kriegt nix. Weißt du, Mondado schenkt dir alles und du gibst ihm aber gar nix. Wissen das. Was bringt das denn jetzt? Ich weiß nicht, warum du überhaupt zugemacht hast. Hab ich doch gar nicht. Ich hab das Rollband hingemacht. Ja, ja, was alles zerstört hat. Nachdem die Stacheln da waren. Wie geht das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Liegst du hier oben. Ey, ohne Mist, was macht man da jetzt? Ja, jetzt warte ich, bis ihr mich ins Ziel schiebt. Okay, nehm ich mit magischer... Man wird so weggedrückt. Ja, ja, schieb mir jetzt hier. Nein! Das geht einfach gar nicht. Da oben. Sah sogar erst gut aus. Oh, ja! Hui! Hui! Da bin ich jetzt gespannt, was da passiert. Ich auch. Scheinbar gar nichts für mich. Hui! Warum bin ich denn aufstehen genau wie einfach? No! Maudado? Hui! Nein! Hui! Ach, da hatten beide noch Spaß. Und er kriegt jetzt einfach Milliarden Punkte. Oh. Naja. Aber Maudado kommt jetzt zurück mit seinem Underschmock. Ich streng alles von Manu. Mach die Sprungmaschine weg. Die macht doch alles so einfach. Nein. Ja. Nice. Feiner Junge, dafür kriegst du nachher Leckerli. Die Box hab ich da überhaupt hingesetzt. Oh. Dafür kriegst du nachher in den Schlag. Ah! Warum? Warte. Ist das normal? Nicht schlagen. Nein. Hilfe ins Ziel, bitte! Bitte! Nein! Wow! Nein! Witter Cracker! Witter Cracker, kommst du mal raus? Kann mich, kann mich nicht mehr. Köpfer war da oben an der Wand. Ja, aber da sind die Pfeile. Also, ich hätte Angst. Warte, warte, warte. Ja, aber das ist doch dein... Ja, was? Ja, Leute. Achtung, Witter Cracker. Ich sag ja, der hat in der ersten Runde von Jens gespielt. Dachte sich, ach komm, ich gönne das. Alter! Ja, da bin ich auch durchgegangen, Witter Cracker. Nur Maudado liegt im Dreck. Hallo! Hey. Ich hab mich nie davon erholt, dass Zombie mir den einen orangen Punkt weggekommen hat. Seitdem ist mein Leben zerstört. Mach's zu. Komm. Ja. Hat einer Honig? Ja genau! Hä? Und jetzt? Was? Oh Gott, die kleben ja aneinander. Das ist ja alles weg jetzt. Was? Ich bin schon wieder in der Hölle. Das ist ja richtig. Witter Cracker, warum fällst du da immer rein? Was ist da passiert? Ich hab's. Oh mein Gott. Ja! Durchgehüpft! Komm wieder Cracker, schaff's! Nein! Nein! Warum kleben die aneinander? Das ergibt gar keinen Sinn. Wir haben's alle, oder? Ja, Maudado nicht so. Oh. Hallo! Come back! Schade Cracker, schade. Dürfen wir laufen oder Bugs? Is back! Yeah! Nein! Alle haben gewonnen! Nein! Fix doch euer Spiel! Das entwickelt niemand mehr daran. Ja, aber man kann doch die Sachen fixen. Ach, gute alte Heimat. Die schöne Metallfabrik. Und Maudado, dein Plan wird nicht aufgehen. Hör auf. Ich spiel mir mal ne gute Map. Da, er, er, er wills wieder machen. Er will da wieder hochgehen. Nee, nee, das geht ja nicht wahrscheinlich. Warte, ich kleb den... Hier, ich rette uns. Mit dieser tollen Plattform. Hui! Warte Maudado, da kommt unser Taxi. Ja, krass. Nee, nee, das kommt da. Ja? Maudado? Oh! Hm. Sag doch, das ist unser Taxi. Ja, du hattest recht. Kann man denn da irgen... Ja klar, wir müssen was bauen, was uns von Anfang bis Ende ins Ziel trägt. Das wär krass. Dafür bräuchte man eigentlich nur zwei Honig für den Anfang. Äh... Nein! Nein! Erstmal die Mitfallgelegenheit gefährlich machen. Ja, man können... Ja, eben. Wir können auch was rausnehmen. Wir haben irgendwas verloren. Oh! Ja, 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 die schaffen's nicht. Wo ist Simo da doch? Der ist einfach drunter. Der ist immer direkt hinter geplumpst. Hä? Ohne Kommentar? Ja. War einfach weg. Er kennt das schon. Weil er einfach den anderen Weg gehen will. Ich hasse... Ich hasse diese mit. Warum? Ich hoffe, die wird bemoved. Ja. Genau. Die Dinger werden nicht gepatcht. Nein! Oh. Nein, die... Oh! Oh, okay. Dann bin ich halt hier. Mist. Oh! Danke, Manu. Hoi! Warte, ich komm mit! Ich komm mit! Oh Gott, das ist ja... Dein Weg funktioniert! Ich bin gestorben, oder? Ja, der ist einfach ungeplumpst. Meine eigene Falle. So viele Punkte hier. Ja. Warum stirbt Manu nicht doof? Bin ich doch vorhin. Ja, nein, nein, nein. Also, Pression. Kleiner Anfall. Oh! Tötet ihn! Hä? Oh! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Wo ist denn das Teil? Oh, ich wäre fast reingesprungen. Es geht hier ab. Nein, 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 nein. Ich bin zweiter. Ja, ja, ja. Warum gibt's keine zweiter Punkte, bitte? Wo ist Mordado wieder? Die Kralle auf der Winterkröcher gerade draufsteht. Die Kralle hat mich umgebracht. Die hat Mordado aber wieder runtergezogen. Komm, du schaffst es. Ja, ja, ja. Und jetzt spiel und... Ja! Krasser Move. Alter! Nein, ich darf... Och man, Leute, ich darf doch nicht gewinnen. Ich bin nicht oben. Ja, dann stöte ich einfach jetzt einmal. Ja, soll ich? Nee. Oh, ich kann nicht was cooles bauen. Komm hier, was bauen wir denn? Hast du ne Idee? Machst du übers Ziel, Zombie? Schnell! Lass deinen Puck teleportieren. Ne, der wird glaube ich nicht teleportiert. Aber der Ball da. Ja, mach, 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 mach. Das ist cool. Aber der ist zugebaut. Machst du übers Ziel? Übers Ziel? Dann das Wasser, Zombie. Dann das Wasser. Ja. Perfekt. Gut abgesprochen. So ne einfache Scheiße braucht hier keiner. Hä? Hä? Hast du hier noch ein Portal? Nein! Hä? Was? Wieso ist denn da noch eins? Das habe ich ganz am Anfang platziert. Ach, Mann. Aber recht sichtbar. Also ich habe es nicht versteckt oder so. Ja, wir dachten halt, weiß ich nicht, zwei Portale, okay. Wir filmen zueinander. Aber ne. Ja, toll. Mano, gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Danke, Wintercracker. Danke. War gar nicht meine Schuld. Jawohl. Okay. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.